Deide Proton, Humas, Mathe in der Anthropie und Physik, die Tepa, Tema, Tautes. Christina Bertl zeigt uns in ihrem künstlerischen Tipo-Projekt eine völlig andere Welt, die Anthroposphäre. In der existieren Kugelmenschen, welche von anderer Beschaffenheit sind als bei Menschen heute. Sie sind kugelrund, haben vier Arme, ebenso viele Beine und zwei Köpfe. Die Kugelmenschen führen ein glückliches und zufriedenes Leben auf der Erde. Eines Tages wären sie jedoch übermütig. Sie verlieren den Respekt vor den Göttern und wollen, trotz der Warnung von Zeus, Zugang zum Olymp. Und nicht bereit seid, Ruhe zu geben, dann werde ich euch zu reißen, sodass ihr euch auf zwei Beinen fortbewegen müsst. Völlig verwirrt nehmen sie ihre neue Beschaffenheit wahr und merken sofort, dass etwas fehlt. Jeder Mensch zeichnet sich durch unterschiedliche Charaktereigenschaften aus und macht sich auf seine eigene Art auf die Suche nach seiner zweiten, fehlenden Welt. Bis zum nächsten Mal. As sure as the stars shine above You're loving body too Somebody loves you So find yourself somebody in love